Guten Tag, wir besinnen uns hier an der Kunststoffmesse 2013, der weltweit größten Kunststoffmesse am Leisterstand. Mein Name ist Roland von Ahr, zuständiger Sales Manager für Asien und den Mittleren Osten. Leister ist ein Unternehmen aus der Schweiz mit über 500 Angestellten. Wir sind seit über 60 Jahren im Kunststoffschweißgeschäft vertreten und wir haben in über 60 Ländern 120 Vertriebpartner. Unsere Kernkompetenz ist die Herstellung von Kunststoffschweiß-Equipment und Lufterhitzern und Laserschweißgeräten. Triag ST, Triag AT und Elektron ST, die neue Generation Heißluftschweißgeräte von Leister. Baustellenspezifisches ergonomisches Design trifft über 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Heißluftgeräten für den professionellen Einsatz. Diese Werkzeuge setzen sich in aller Leistungsklasse in neue Maßstäbe in puncto Funktion, Qualität und Zuverlässigkeit. Selbstverständlich passt das riesige Sortiment an Zubehörartikeln auch auf die Geräte der neuen Generation. Wir haben hier funktionales Design, zwei Komponenten Handgriff und optimalen Schwerpunkt, sorgen für ergonomisches Arbeiten. Schnellreinigung der Luftfilter, automatischen Kohlenstopp für den Kollektorschutz sind auch hier State of the Art. Selbstverständlich sind wie alle Heißluftgeräte von Leister baustellentauglich. Der neue Wellplast S1 ist ein helles Köpfchen. Die integrierte LED-Arbeitsleuchten sorgen für eine optimale Sicht auf den Schweissprozess. Volle Kontrolle hat man mit der multifunktionalen Bedieneinheit über die Schweissparameter. Dies ermöglicht reproduzierbare Resultate und mehr Effizienz am Arbeiten. Mit dem Wellplast S1 hat man mehr Möglichkeiten. Beidseitiger, trauffreier Draht-Einzug für 3 mm bis zu 4 mm Draht. Flexibles Arbeiten. Der Plastausschuss kann während des Schweissens problemlos durch den Schweisser verstellt werden. Der bürstenlose Leistergebläse erlaubt ein stufenloses Einstellen in der Luftmenge. Und nicht zuletzt zeichnet sich der Wellplast S1 durch die ergonomische Handhabung aus. Das kompakte ergonomische Design erlaubt es, in sämtlichen Schweisspositionen bequem zu arbeiten. Der neue Mistral, das einzigartige Heißluftgebläse von Leister. Zwei Modellgruppen sind erhältlich. Die Mistral Premium und das Topmodel Mistral System. Die Mistral System Geräte verfügen unter anderem über einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor. Damit eignen sie sich hervorragend für den Dauerbetrieb. Der Mistral 6 System ist mittels integrierter Regelung oder externer Systemschnittstelle ansteuerbar. Leister Heißlufttechnologie, tausendfach erprobt. Heißluftgeräte von Leister werden weltweit verwendet zum Vorwärmen und Aufheizen, Schrumpfen, Schweißen, Aktivieren oder Lösen, Zünden, Entfernen, Trennen oder Schmelzen, Entkeimen, Beschleunigen, Verbinden. Überall, wo man Heißluft einsetzt, wird Leister eingesetzt.